und damit heißt euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen unboxing von mir und zwar geht es sich um watchdogs ja watchdogs soll ja so ähnlich sein wie gta ja das hier ist einmal die vorderseite von watchdogs da sieht man auch noch ganz schön das usk logo und das hier ist einmal die rückseite ja da sieht man dann auch noch mal ein bisschen vom spiel wie das so ist ja da sieht man halt auch dass es eine version ist und dann gucken wir mal wie wir das ganze hier aufmachen ja da macht man das auf das ist usk logo da müssen wir ein bisschen aufpassen mal ganz langsam abziehen ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder so dann machen wir das ganze mal auf genau die folie ab und dann tue ich hier mal ganz vorsichtig das usk logo wieder drauf kleben damit man auch sieht dass es ein usk version ist ja ganz vorsichtig genau genau dieses unboxing hier ist jetzt auch nach synchronisiert weil irgendwas mit meiner neuen kamera nicht stimmt mit dem ton das hört sie sich ganz komisch an ja machen wir das ganze mal auf ja erstmal gucken ob da ein code bei ist ok code ist noch nicht zu sehen aber gleich ist es zu sehen holen wir erstmal die ganze anleitung raus genau jetzt sehe ich den code ja den legen wir mal weg so das ist einmal hier irgendwie ein pass ich weiß es nicht da ist auf jeden fall kein code enthalten und das hier ist einmal die anleitung ja ist halt eine ganz kurz gefasste anleitung nichts besonderes genau tun wir das mal alles wieder rein oder ich gucke erst mal noch was das ist ist auf jeden fall nichts besonderes tun wir das mal wieder rein und das hier ist die disk ja so sieht die disk aus ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten video tschüss bis zum nächsten video